Legen wir mal los. Ähm... Ja... Was streamst du heute? Steht das nicht eigentlich schon so drin? Aber ich mein, ich hab's eigentlich schon nichts geändert. Aber, ja... Das hier! Und auch mein Host, hi Marvin! Oh, Shino... Du bist hier zuerst gekommen. Das ist es, was ich? Es ist etwas sehr, Kirito. Oh, alles klar. Was sind die Veranstaltung? Was ist das, was ich? Oh, ich bin... Okay. Ich habe noch nicht überlegt, dass ich hier noch nicht nachles habe. Aber es ist ein sehr vieles Buch. Es hat sich viele Bücher hervorragenden von dort. Das ist ein Jahr der Welt. Es gibt keine Geschichte, aber es gibt viele Möglichkeiten und die Situation. Also, ich glaube, es ist alles die Kardinalen zu machen, weil es so großartig ist. Genau. Kirito hat auch noch die Geist-Ausse-Ausse-Ausse-Ausse gehalten. Oh, das ist wirklich? Ja. Das heißt, PIXIE ist ein Wälder, aber es ist ein Wälder, aber es ist ein Wälder, was wir, als wir, die 9 Wälder der Wälder sind, dass die Wälder sind und die Wälder sind sehr unterschiedlich. Die Wälder sind unterschiedlich? Ja. In diesem Weltall gibt es viele Wälder, dass die Wälder sind und die Wälder der Wälder der Wälder der Wälder der Wälder sind. Daher gibt es viele Menschen, oder? Ja. Daher gibt es ein Wälder der N.P.C. oder die Wälder der Wälder der Wälder der Wälder der Wälder sind, oder? Alle sind die Wälder der Wälder der Wälder der Wälder sind, oder? Ja. Das heißt, PIXIE ist ein Wälder der Wälder der Wälder sind. Das heißt, PIXIE ist ein Wälder der Wälder, oder? Das heißt, PIXIE ist ein Wälder der Wälder der Wälder-Wälder, oder? Das heißt, PIXIE? Das heißt, ich habe eine Wälder der Wälder-Wälder, oder? Das heißt, ich habe eine Wälder-Wälder, oder? Das heißt, PIXIE? Das ist ein Wälder-Wälder, oder? Die Wälder der Wälder der Wälder-Wälder04-ungen Schimp tutte der OUR-Wälder boards für die andere Musik-Räber еind Ses. Die Wälder-Wälder-Wälder Guten Abend ist der Wälder der Wälder-Wälder-Wälder und unseren kleinen Häber When programming back erwיל sie, was sie dabei planttern. Als kor athletic war, dass es vielINDer und simplered wurden, ронng autonom überlegt. Deine Kunsten Sie verdrav總을 bitcoin mit diesen Weg instellieren. Na dann, wo können wir eigentlich lang? Hier, ne, aber wir können Doch, wir können ja lang fisten Ja, ich hab das echt Jetzt ne Weile gespielt, ich hab echt mal wieder Lust auf dieses Spiel Ähm, nein Wieso? Ich lerne es irgendwie nie Wenn ich weiß, dass Durch die Taste so nackt ausgelöst wird Dann sollte ich die loslassen, wenn ich kämpfen will Aber, ne, ich lerne das ja nie Das ist so schlimm bei mir Ich hab mir sogar jetzt überlegt Ja, das SAO Games sind zu teuer Das ist lustig, ich hab nämlich erst Versucht hier im Hollow Fragment zu holen Und dann hab ich gelesen, ja, das gab's mal nur Als Pre-Order-Bonus für die Fade Ballet-Besitzer von Steam Und trotzdem kann man es nicht kaufen Ich so, scheiße, was mach ich jetzt? Ging einfach mal so ins Internet und suchte nach einer Steam-Kopie Ob es da irgendeine rum gab, weil man kann es ja nirgendwo kaufen Weil, und der Kommande hat es auch nie vor gehabt zu verkaufen Hab ich sogar nachgelesen Da haben eigentlich schon den sofort angeschrieben, deswegen Verreckst du auch noch, du? Mein Gott, die sind nicht mal hier das Kämpfen wert Ich meine Sieh dir das Level an 140, das ist doch lame Wo müssen wir eigentlich lang? Ich vermute mal Richtung Boss Room Aber Ist nur ne Vermutung Ich bin, ich bin immer noch ein Oh, mal Das ist ein sehr wertvolles Buchstaben. Es war sehr gut, aber ich glaube, ich habe es fast verletzt. Ich glaube... Warte! Ich glaube, hier ist noch nicht so schwer. Ich glaube... Ich glaube, das ist das Ludo 5. Ich glaube... Ich habe keine Ahnung, aber ich kann es versuchen. Ich kann es versuchen, wenn man die Zeit verwendet hat, wenn man die Zeit verwendet hat. Ja, natürlich. Ich versuche es. Wir haben die PIXI-Einschaft von diesem Land geflogen. Wir haben die PIXI-Einschaft geflogen. Wir haben die PIXI-Einschaft geflogen. Das war's. Ich glaube, es ist eine große Herausforderung. Ich möchte nur ein, das ist das. Das ist das alles. Die Pixie haben die Menschen in der Welt des Geheimen. Die Leben ist das Yui? Yui-chan ist ein Mensch aus S.A.O. Das ist das, was von der Welt des Geheimen ist. Das ist das, was von der Pixie aus dem Geheimen ist. Das ist das, was von der Pixie aus dem Geheimen ist. Das ist das, was von der Pixie aus dem Geheimen ist. Ja, genau. Wie gesagt, das ist alles, was ich weiß. Das stimmt. Was ist das Nächste Sinn? Ich glaube, ich soll da nach oben. Und die Gegner ignorieren. Äh, geh mir aus... Der geht mir nicht aus dem Weg, der Sack. Ich glaub's nicht. Dass die mir alle hier aus dem Weg gehen. Mal sogar Farbenhafen. Denkst du, du hältst den Stream durch? Oder sagst du... Es kann nicht verstehen, dass ich da einnecke. Ich glaub, wir müssten fast mal ein Boss sein. Jep, rechts, links. Och, hört auf an, mich anzuschnauzen. Ja. Du kannst doch so rot leuchten, wie du willst. Ich ignorier dich. Ha. Aus dem Weg. Aus dem Weg. Genau. Geh mir einfach aus dem Weg. Ich will einfach zum Boss. Deswegen sind wir hier. Heute haben wir. Ho carb. Đaaa. Jetzt komm her Ich krieg dich Jetzt wirst du zerfiste Mein Freund Jetzt komm Wo bist du Verdammte Axt Der haut mich ab Och Gott du Arsch Alter der ist heftig hier Ich hab keine Möglichkeit Das alles tun zu benutzen Ja jetzt aber Jetzt wird sie mir tun Ich hab immer noch die Chance Jetzt Und jetzt Geh ab Eclipse Ja das hat ihn auseinander genommen Ich meine In der Nuance krieg ich denn solche Gegner eher Platz Also schneller aber Wieso bin ich heute so schlecht Ich weiß auch nicht Ich soll das gleich öfters zocken Was denkst du Marvel Ich bin Ich bin Ja, wer ist derjenige, weil es nicht so gut ist. Shino, danke. Ich bin auch so interessiert. Wie ist das, Shino? Kleiner, warum haben Sie damit die Zecken? Sie können auch für VR-MMO mit Veins Rider nehmen. Es ist ein Schroer, und wir würden die Sprecher besser durch. Aber ich glaube, dass die Sprecher sehrünchtlich sind. Daher gibt es vieleの shielden und die Sprecher mehr, die man sich beeinfühlt. Aber ich finde ich, dass die Sprecher sehr gut ist, in diesem Welt. Also, warum? Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Ich fühle mich, was ich mit dem Akzessorys zu tun. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht, was ich. Ich weiß nicht. Dann, ich werde noch ein bisschen nachlesen. Wenn ich mich nicht verstehe, dann kann ich mich. Ja, ich danke dir.